Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, nachdem wir jetzt die Templar-Montur uns in der letzten Folge besorgt haben und auch die Jackdaw fast aufs Vollste ausgerüstet ist, jedenfalls von Rumpf und Mörser her, ist die Jackdaw auf das Maximum gebracht. Ja, lass mich doch mal ausreden, man, schreib mir nichts ins Ohr. Ja, will ich mir nun endlich mal die legendären Schiffe nochmal vornehmen. Ich würde sagen, wir machen es in derselben Reihenfolge und wir nehmen uns das Schiff nochmal vor. Die Importable, glaube ich, hieß das, die M-H-M-S-Importable oder irgendwie so, keine Ahnung, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Ja, brauche ich nicht. Den kleinen Fischen brauche ich mich jetzt nicht anlegen. Und ich hoffe ganz stark, dass die Jackdaw jetzt genug aushält. Weh, die rammen mich jetzt. Ja, ich wollte es auch sagen. Okay. Gehen wir es nochmal an. Mann, ich breche schon wieder völlig den Schweiß aus, weil ich voll die Angst habe, dass ich es jetzt wieder verkacke. Und vielleicht schaffen wir die legendären Schiffe jetzt alles in einer Folge, ich weiß nicht. Werden wir sehen. Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Hm. Leider ja. 20.000 Real ist das Schiff wert. Stufe 75. Oh Mann. Das wird aber immer noch rot angezeigt. Das könnte dennoch hart werden. Gebt den Wind nach! Trink jeden Fertzen Stoff in den Wind! Hm. Na, gleich müsste die Animation kommen. Genau jetzt. Dann, 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 da. Das Ding hat einen furchterlichen Rammsporn. So war das. Alter. 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 Das Ding ist auch verdammt schnell. Bereit zu schießen, Sir. Feuer! Aua. Scheiße. Feuer! Was hat sie schon? Feuer! Ja, ha, ha, ha. Das Ding ist einfach nur sowas von OP. Feuer! Wir müssen eigentlich möglichst immer hinter dem Schiff bleiben. Das ist, glaube ich, das Beste. Wachen auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Aber das Schiff ist ebenso schnell, Mann. Das ist das Problem. Das letzte Mörser, Mann. Ich hätte nochmal aufstocken sollen. Wie schnell das Ding einfach mal gewendet hat. Ja, komm, das kannst du vergessen. Feuer! 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 Was? Das gibt es doch nicht, dass dieses Schiff so OP ist. Ich weiß echt nicht, ob wir da uns anlegen sollen. Ach, Mann. Ach, da muss doch irgendeinen Trick geben, oder? Schiff! Das ist doch nicht. Da? Was? Der Rammsporn von dem Schiff ist einfach mal sowas von scheiße. Da hat man eigentlich gar nicht die geringste Chance. Leider ja. Das Ding ist ja auch so verdammt schnell. Das Ding ist ja auch so verdammt schnell. Das Ding ist ja auch so verdammt schnell. Leider! Ja! 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 Ich glaube bisher halten wir uns länger. Ja! 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 Oh, AX. Man, den trifft man einfach nicht. Alter! Es ist einfach unmöglich, hinter diesem Schiff zu bleiben, weil das einfach mal so schnell drehen kann. Was hat das denn für eine Reichweite, bitte? Bereit zu schießen, Sir! Das ist unmöglich. Wir werden jetzt sterben. Das ist nicht zu machen. Es ist leider einfach nicht zu machen. Hey, Schiff gesichtet! Oh, keine Bestie! Eine Schnellreise ist wahrscheinlich nicht möglich. Ja, war ja klar. Dann sollte ich mir wenigstens das Ziel markieren. Vielleicht drüben zu fahren. Das ist nicht machbar irgendwie. Ich weiß nicht. Der Rumpf ist schon aufs Maximum, aber... Machen dem Ding einfach keinen Schaden. Ich glaube, da macht es jetzt auch wenig Sinn, zu gucken, ob ich die anderen legendären Schiffe platt kriege. Wenn wir an dem ja auch schon wieder so scheitern. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das Schwerste war oder... Okay, ist das ja auch das Schwerste und wir müssen uns erst mit den anderen fertig kriegen. Ich weiß es nicht. Jetzt vielleicht eine Schnellreise. Schnellreise ist verfügbar. Ach, das ist doch doof. Das sind so Unterschiede. Das Schiff hier hat einfach mal den OP-sten Rammspuren, das Geisterschiff die OP-sten Mörser und die Zwillinge, ja, die käseln einen eben ein und nehmen einen in Sandwich. Und ja, da rauszukommen ist dann auch ziemlich schwer. Ja. Uh oh. Okay, wir weichen einfach mal gekonnt aus. Dachte ich zumindest. Alles. Haltet euch fest! Bereit machen für Aufschlag! Ja, schon ist das Ding weg. Jetzt vielleicht eine Schnellreise. Okay. Okay. Ich probiere es mal mit dem weißen Schiff. Ich stocke hier nochmal meine Munition aufs vollste aus. Denn die Mörser waren ja schon wieder nicht mehr vollständig. Ach man. Ah, ich muss ja abtauchen. nein ich muss gerade nicht abtauchen lohnt sich auf jeden fall hier nochmal 20 reales nehmen und so muss ich kaufen ich nicht aber was vielleicht sinn machen könnte wenn ich ist hier ich kann wirklich nichts machen außer lager für feuerfässer ja gut aber ich brauche eigentlich mehr feuerfässer das ist das einzige was ich kaufen kann und es ist ziemlich unnütz weil ich eigentlich mehr folge was er brauche ich bräuchte höchstens eine schadensteigerung der feuerfässer probieren wir sind hier noch mal da muss ich eigentlich nur den mörsern ausweichen können möglichst immer hinter dem schiff fahren denn das ist nicht so schnell aber ich glaube es wird auch mehr aushalten ist die el im bluetooth toll jetzt kommen wir auch ins sperrgebiet sind natürlich auch sehr viel vorzunehmen vom vorteil kann ich nun leider auch nicht direkt hinfahren dann Es ist besser to drown and no way to be hung We're all down over the mountain O growl ye may, but go ye must We may be sooty and up If ye growl too hard, ye head yell fast We're all down over the mountain A sark, sealed cocks, and her two blocks We may be sooty and up And go below to your old ditty box We're all down over the mountain That is it, oder? Ne Man, die Bricks, Bricks denn hier? Hm, man, ich brauch mal einen kleinen Erfolg hier Ich hab gedacht, jetzt könnten wir es wirklich mal schaffen Mit vollen Börsern Und vollem Rumpf Ich hab da nichts mal was gemacht Voll die Desmond Stimme Ach, Hilfe Vor dem Ding hab ich einfach mal saumäßig Angst Alter Was denn? Da Ich hab da was gesagt Ah 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 quarter Azk, League ops � Ь Alter, was denn? Scheiße. Toll. Segel-Riffen raus aus der Böe. Haltet euch fest! Feuer! Feuer! Reiz zu feuern! Obacht! Feuer! 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 Sind bereit! Feuer! Reiz zu dem Grund vom Baum! Der Segel-Männer! Treff die Trab- und Drabsegel! Segel-Setz, Bewegung! Feuer! Feuer! Das war nur so aus allen Rohren. Ja, leider. Mann, woher kommt denn das ganze Zeug her? Bereit zu feiern, Sir! Das macht es aber voll auf Ernst hier. Feuer! Geht nah hin, Sir! Feuer! Verratende Fehler! Macht euch bereit! Feuer! Ja! Ja! Ha, ha! Wir sind bereit, Sir! Feuer! Ja! Ha, ha! Mann, oh Mann. Das Ding ist, es ist jetzt so dunkel, wir sehen das Schiff nicht mal mehr. Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Alle außer Großberg! Großsegel, los geht's! Wir verkraften keinen Treffer mehr! Feuer! Feuer! Alter! Ja! Feuer! Feuer! Masse Topsegelberg! Lossegelberg! Lossegelberg! Feuer! 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 Nein! Wie bitte hat er mich getroffen? Wie? Wie zur Hölle? Oh, wir hätten es fast geschafft! Was ist das, der Nebel? Sieht aus wie ein Schiff! Ja, und ich glaube, das Schiff nehme ich mir in der nächsten Folge nochmal vor. Und bis dahin. Ja. Ciao. Ja. Ja, von den Toten erweckt, um uns zu versenken, das ist wahrlich, das sind wahrlich diese legendären Schiffe. Mann, das kann doch gar nicht sein, dass wir die nicht schaffen können. Das ist echt, ah, das regt mich schon ein bisschen auf. Äh, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie wir unser Schiff noch verbessern können. Ein Geld mangelt uns nicht, nur wir müssten theoretisch diese ganzen Pläne von den, ja ja, von den, ja, Breitseitenkanonen und von den, was weiß ich noch, von Bramsporn. Das müssten wir alles uns noch, äh, irgendwie, ja, diese Pläne müssten wir finden, um uns, um das Schiff erst aufrüsten zu können. Ja, und wo ich die Pläne aber herkriegen soll, das, das ist mir, äh, ein Rätsel. Nun denn, auf jeden Fall in der nächsten Folge nehmen wir uns noch mal das, ähm, ja, Geisterschiff vor und hoffentlich, äh, ich hab's jetzt gegen Ende noch so hingekriegt, ähm, ähm, ja, den Mörsern auszuweichen. Äh, ja, und deswegen hoffe ich, wir hätten's noch beinahe geschafft, deswegen glaube ich, in der nächsten Folge könnten wir's schaffen, wenigstens das Geisterschiff Platz zu machen. Ja, und bis dahin, äh, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.